Die Regionalliga bei Sporttotal, präsentiert von VWIN. Jetzt geht's los. Martin Tietze pfeift die Partie an. Die Gäste von Fortuna Köln von links nach rechts in den schwarz-roten Trikots und die U21 des FC in den weißen Heim-Jerseys. Diegmann. Ja, schwirrten gegen Hölscher. Kann man pfeifen, ja. Kegel schickt Demay auf die Reise. Demay. Oh, was für ein Tor! Leon Demay zieht direkt raus. Und Jonas Rohrweg hat da keine Chance. Aber wie gut von Mike Kegel reagiert. Schickt ihn auf die Reise und dann unfassbar. Die Spielmute. Tor für Fortuna Köln. Der Heide-Siegsstand 0 zu 1. Große zwei Spieler. Bittemann neun. Leon Demay. Schauen wir jetzt erstmal Uruso auf. Marquet aber abseits. Ja, dafür muss Löhnen nicht springen. Und jetzt Kegel hat mal Platz. Schlag gemacht. Marquet. Und jetzt hat er sein Tor. 2 zu 0 für Fortuna Köln. Sascha Marquet. Eben noch Abseits-Tor. Und jetzt schließt er ab. Und zweite Vorlage von Mike Kegel. Ja, Starke war wieder dankbar für Weiß. Und dann auf Seiten von Fortuna Köln kommt gleich Pfosten. War das? Winke. Wo Mittelstädt. Anschussreffer. Nach der Ecke war die Sache eigentlich schon geklärt. Erst an der Pfostenschuss. Und dann Winke. Direkt den Ball rein. Und Hendrik Mittelstädt. Schmidt Mittelstädt. Schmidt Mittelstädt. Und klar ist das. 2 zu 2. Mittelstädt mit dem Doppelpack. Schön gemacht. Oliver Schmidt. Setz ihn in Szene. Ja, und was so einen Anschlussstreffer bewirken kann. Bis zu diesem Anschlussstreffer echt eine mäßige zweite Halbzeit vom FC. Und jetzt der doppelte Mittelstädt. Atarello. Fajar. Löden. Letzten Sekunden laufen. Letzte Aktion. Kegel. Atarello. Ungewöhnlich. So abzugreifen. Aber das Spiel ist vorbei. 2 zu 2. Die Regionalliga bei Sporttotal. Präsentiert von B.Win. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Ja, alles gut.